Liebe Kommunionkinder, die Sendung jetzt richtet sich vor allem an euch, besonders was das kleine Ratespiel angeht. Ihr bekommt demnächst von mir ein Liederbuch geschenkt, die Mundorgel. Die Mundorgel und zwar ohne Noten, ich habe sie mit Noten, logisch. Ich singe jetzt ja auch was vor. Diese Mundorgel hat ganz viele Lieder und fünf davon singe ich und gebe jeweils die Nummer an. Und dann wird am Ende eine Aufgabe gestellt, nämlich es gibt eine zweistellige oder dreistellige Nummer, also zum Beispiel die Einser, dann die Zehner, die Hunderter, Entschuldigung, die Zehner und die Einserstelle. Zum Beispiel ein Hundert, irgend so was. Tausend kommt gar nicht vor. Und am Schluss musst du dann immer die letzte Zahl zusammenzählen von fünf Liedern, aber die kommen natürlich nicht alle auf einmal. Also, jetzt kommt die Nummer zwölf. Im Frühtau zu Berge, wir gehen Fallera. Im Frühtau zu Berge, wir gehen Fallera. Es glühen in der Sonne schon die Höhen Fallera. Wir wandern ohne Sargen, fröhlich in den Morgen, noch ehe im Tale die Hähne krähen. Wir wandern ohne Sargen, fröhlich in den Morgen, noch ehe im Tale die Hähne krähen. Ihr alten und hochweißen Leute, Fallera. Ihr denkt wohl, wir wären nicht gescheit, Fallera. Wer möchte aber singen, wenn wir schon Grillen fingen, in dieser herrlichen Sommerzeit? Werft ab eure Sorge und Qual, Fallera. Und steigt mit auf die Höhen aus dem Tal, Fallera. Wir sind hinausgegangen, den Sonnenschein zu fangen. Kommt mit und versucht es doch auch einmal. Achso, nicht vergessen, abonniert unseren Kanal und drückt die Glocke, dann seid ihr immer aktuell informiert.